Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Armas Baby anzunehmen bei Elzawa, in Haldrassus an dieser Position, Forquests Waren, die Yuga Klasse und Dampf Reinigung. Ich zeige euch, wo dieses Arme Baby ist. So, dann geht es in diese Richtung. Hier müsst ihr hin. Jetzt heißt es Twisted Baby. Wir müssen erstmal abwarten, damit wir uns das lesen, durchlesen können. Der will ihn hauen, aber das Baby macht alle kaputt. Nun dürfen wir Baby benutzen. Und, Quest ist bereit zur Abgabe. Auf geht's. So, Quest ist abzugeben bei Elzawa, in Haldrassus an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. 4 2 4